Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Pörseldrehener aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T, heute zum Thema Muskelaufbau und die beliebte Belastungszeit. Immer noch, egal in welchen Fitnessstudios ich mich befinde, egal welche Videoclips ich sehe, zu größten Anteilen wird ein ganz krasser Fehler gemacht, das ist die Geschwindigkeit. Und zwar, ich mache meine 6, 8 oder 10 Meter Holung, am bekanntesten ja die 8 Meter Holung, die sollen ja zum Muskelaufbau führen, das ist ja auch richtig, unter Voraussetzung, dass man einen Parameter einhält und das ist die Belastungszeit. Wenn ihr 6, 8 oder 10 Meter Holung macht und ihr seid schon unter 20 Sekunden fertig, dann ist die Frage, was macht ihr da tatsächlich? Die Belastungszeiten ist ein ganz wichtiger Faktor und wird ganz oft nicht eingehalten. Viele Fitnessstudios teilen das ihren Mitgliedern auch nicht, da wird keine Bewegungsgeschwindigkeit, keine Kadenzzeit vorgegeben. Nicht nur, dass die meisten Drehs wenn ich hier pauschal sind, groß, dünn, klein, abnehmen, zunehmen, alle haben den gleichen Drehsplan, nein, es wird auch noch vergessen, dass es eine sogenannte Belastungszeit, Kadenzzeit gibt und somit von 0 Sekunden, was nicht möglich ist, bis so circa 20, sind wir eher kraftorientiert, ein Wiederholung, 2, 3, 4, 5, 6 übergeben, dann haben wir die 20 bis 45 Sekunden, das sind dann so die Bereiche für die Hypertrophie, Hypertrophie für den Muskelzuwachs und dann haben wir plus 45 Sekunden, das ist die Kraftausdauer, das sind so ungefähr die Parameter, die man einhalten sollte und einhalten kann, um auch hier wieder das Rädchen optimal zu stellen. Ein Erfolg besteht nie nur aus einer Sache, besteht nie nur ein Gewicht von A nach B zu bewegen, so das sind noch andere Parameter und da ist ein ganz wichtiger Parameter die Belastungszeit und die könnt ihr einhalten. Legt euch mal eine Uhr hin und achtet einmal darauf, weil die meisten trainieren ja mit 8 Wiederholungen und achtet einmal darauf, wo ihr landet. Die meisten landen unter 20 Sekunden, weil sie viel zu schnell fertig sind. Also, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt, demnächst gibt es wieder mehr von Personal Trainer der Stringbarer, bekannt als Mr. T, auch zum Thema Trainingsvideos, werde ich demnächst ein bisschen was starten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und der Stringbarer wird so eine Skats hole. Deine Fitness, deine Belastungszeit, meine Aufgabe.